Ja, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Pyrochecks Silvesterfeierwerk. Ich habe mir für heute mal zum Testen ausgesucht einen schönen Klassiker, und zwar Sunderkorn Max aus dem Hause Leslie. Insgesamt hier sind in der Packung sechs Stück enthalten und die haben ein NEM-Gewicht von insgesamt 35,64 Gramm. Naja, ist jetzt nicht die größte Neuheit, die wir hier anzünden, aber viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon. Ich habe sie letztes Jahr gehabt, habe leider kein Video davon gemacht, deswegen holen wir das jetzt mal nach. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns gleich draußen. Vielen Dank. Vielen Dank.